Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Altcoin Update Video und zwar geht es heute wieder los mit Shiba Inu. Das Video wurde ehrlich gesagt komplett überrannt, es war sehr sehr positive Resonanz, weshalb ich das heute einfach nochmal dazwischen geschoben habe. Je nachdem, ob ihr es wieder haben wollt, entscheidet ihr, entweder indem ihr es schaut oder natürlich unten einen Kommentar reinlässt. Wir schauen uns auf jeden Fall an, welche Preisziele jetzt als nächstes erreicht werden können. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen schönen Pump gesehen, trotzdem noch ein bisschen Zurückhaltung im Gegensatz zum Gesamtkryptomarkt gesehen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Talk und Signalgruppe reinjoin, wenn ihr keine Signale oder sonstiges mehr verpassen wollt. Gut und damit würde ich sagen, momentan traden wir bei ungefähr, ich lasse die ganze Nuller weg, 0,994 US-Dollar. Wir haben noch einen schönen Pump gesehen bis auf die 0,1 US-Dollar Cent. Sehr sehr schön, wir haben aber nicht geschafft diese ganze Ineffizienz hier oben noch zu füllen. Wir haben ja im letzten Video darüber gesprochen, wir haben diesen Downtrend gehabt, wir haben dieses Falling Wedge gehabt und diesen signifikanten Support. Der hat perfekt gehalten, wir haben sogar noch eine Bullish Divergence da reinbekommen in den kleineren Timeframes und danach ist die in Anführungszeichen Rallye erst einmal losgegangen. Wir haben den wichtigen Widerstand hier oben rausgenommen, den haben wir ja im letzten Video schon angekündigt, dass wir den auf jeden Fall rausnehmen müssen. Wir hatten hier erst ein bisschen Probleme, dann aber einen impulsiven Anstieg und jetzt sieht es danach aus, als ob wir einen kleinen Retest hier dieser Zone sehen würden. Wir schauen uns das Ganze nochmal ganz kurz auf den Daily Timeframe an, da sehen wir nochmal ein bisschen besser, wie das Ganze stattgefunden hat. Also hier dieses größere Falling Wedge in Anführungszeichen mit auch hier auf dem Daily eine schöne Bullish Divergence nochmal ein Lower Low bekommen, eben in dieser grünen Zone, wo wir drüber gesprochen haben. Und dann ging es los und wir haben einen Anstieg von knapp von unserem Low zwischenzeitlich von 41% gesehen. Mittlerweile ist es ein bisschen angeschrumpft auf 26%. Trotzdem immer noch ein guter Run, würde ich sagen. Aber wir schauen uns das jetzt mal ein bisschen auf größeren Timeframes an und zwar ziehen wir uns hier mal das FIP-Level von unserem Swing High bis zu unserem Swing Low. Da sehen wir, okay, wir haben hier bis zu diesen 0,1260 auf jeden Fall noch Luft. Dafür gilt es aber natürlich hier diese Ineffizienz erst einmal zu schließen. Die müssen wir auf jeden Fall mit einem 4 Stunden Close durchbrechen. Und dann haben wir Luft bis diese 0,1260 ungefähr hier oben grob zumindest die Rallye fortzusetzen. Trotzdem würde ich jetzt erst einmal aufgrund dieses ganzen Gepumpes am ganzen Kryptomarkt momentan erst einmal ein bisschen Abstand nehmen, hier nochmal irgendwie in Long Position reinzugehen. Hier unten war perfekter Zeitpunkt, um mögliche Spotkäufe, sage ich mal, zu tätigen. Natürlich No Financial Advice, das sind halt diese grünen Boxen, die hier momentan zumindest bei den vielen Altcoins sehr, sehr gut gewirkt haben. Das auch bei Shiba Inu hier sehr, sehr gut gewirkt hat. Momentan zumindest auch diese kleinere grüne Box, wir haben ja darüber gesprochen, bricht diese nachhaltig, geht es hier nochmal deutlich, deutlich runter. Das wäre zum Glück nicht passiert, das war auch unser Worst-Case-Szenario, wir haben uns nach oben hin entschieden, jetzt gilt es hier diese 0,970 erst einmal als Support zu festigen. Kriegen wir hier Support rein und dann möchte ich aber auch wirklich nicht nur Support finden, ich möchte hier einen Schlusskurs über diesen letzten Hoch hier drüber haben. Nicht, dass es heißt, okay, wir haben hier einfach nur die Liquidität hier oben drüber abgefischt, weil das ist das falsche Zeichen. Wenn wir hier einfach nur ein Wig drüber kriegen, drunter schließen, also hier zum Beispiel war das alles nur ein Fake-Out und es geht nochmal deutlich, deutlich nach unten. Dann müssen wir uns wieder hier mit der grünen Box anfreunden. Ansonsten kriegen wir einen Schlusskurs da drüber. Wie gesagt, vier Stunden wäre ein Anfang, Daily wäre noch besser. Und dann über diese Ineffizienz nochmal so eine Bestätigung, dann ist das Golden Pocket auf jeden Fall in Reichweite. Dann schauen wir uns nochmal ganz kurz das Volumen an, zoomen hier ein bisschen rein. Da sehen wir, okay, die größte Volumenansammlung hier haben wir wirklich bei diesem High hier oben bei den 0,15,24. Das ist auch für mich so ein bisschen der Trendwende-Bereich. Wir machen das FIP-Level mal ganz kurz weg. Den Downtrend können wir mal drin lassen. Aber wir sehen hier, okay, wir hatten natürlich dieses krasse All-Time-High hier oben danach nur noch kompletter Abverkauf gewesen. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal ein Higher-Low gebildet. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Es gilt jetzt aber auch natürlich nicht nur ein Higher-Low zu bilden, es gilt auch natürlich ein Higher-High zu setzen. Und da meine ich nicht hier dieses Kleine, wo wir hier bei 0,10 gebildet haben, sondern hier wirklich dieses Hohe bei 0,15, sobald wir wirklich dieses rausnehmen. Also wirklich auch hier mit Daily Close und nicht auch wieder kein Wig darüber, das möchte ich nicht sehen. Ich möchte hier wirklich ein Close darüber sehen. Und dann wahrscheinlich hier diese Gegenreaktion hier oben an dieser Widerstandszone. Das sieht man auch hier. War in der Vergangenheit einerseits hier Widerstand, Support, Support, dann drunter und Widerstand. Und dann sieht es meines Erachtens nach gut aus, dass Shiba Inu hier sogar bis 0,20 steigen könnte. Dafür müssen aber, wie gesagt, die Level, die wir jetzt gerade besprochen haben, komplett durchbrochen werden. Das wäre nochmal 1x. Das heißt, ein 100% Pump ist hier auf jeden Fall in Reichweite oder im Bereich des Möglichen. Würde ich hier nicht abschreiben, sobald hier wieder ein bisschen FOMO reingeht. Trotzdem momentan Kryptomarkt etwas überhitzt. Da gilt es jetzt erstmal ein bisschen auf der Seitenlinie vielleicht zu fahren. Aber ich finde, die Chance, Shiba Inu, sage ich mal, dass hier ein 100% Pump Stand finden könnte, ist auf jeden Fall da. Wobei ich dann hier oben auf jeden Fall erstmal mit einer größeren Gegenreaktion wieder rechne. Also das wird sich hier nach oben durchballern Richtung Oldham High. Das wäre einfach zu früh. Aber diese 0,20 hier oben, das ist eine große Marke. Und wenn wir jetzt das ein bisschen weiter, ich sage jetzt mal ein bisschen weiter rausspinnen, das seht ihr wahrscheinlich auch schon, haben wir hier eine große Seitwärtsakkumulationsphase. Also das heißt, Shiba Inu könnte sich hier auf jeden Fall klar diesen 1x hier holen. Das heißt, die 100% Pump nochmal möglich, aber danach in dieser Seitwärtsphase wieder verweilen. Das heißt, wir gehen hier wieder runter und versuchen dann, je nachdem wie lange eben dieser Bärenmarkt noch andauert, weil wir sind noch nicht in einem Bullenmarkt. Das dürfen wir da draußen nicht vergessen, egal wie die Kryptokurse jetzt gehypt wurden oder gepumpt sind. Wir sind immer noch in einem Bärenmarkt. Aber sollten wir hier wirklich dann nachhaltig mal irgendwie diese Range verlassen, dann sieht es gut aus, je nachdem in welche Richtung wir halt natürlich gehen. Aber die würde ich auf jeden Fall mal im Auge behalten, könnte sich natürlich jetzt noch über Monate ziehen. Aber kurzfristig ist das Potenzial da, dass Shiba Inu auf jeden Fall noch ein bisschen nachlegt. Außerdem, Shiba Inu kündigt Partnerschaft mit Modehersteller Bugatti an. Wer es anzieht, dem, der soll es anziehen. Ja, wollte ich euch nur noch mal mitteilen. Ansonsten, bevor wir das Video beenden, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinscheuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, unten vielleicht eure neuen Altcoin-Wünsche reinschreiben. Also wenn ihr irgendwelche Altcoin-Wünsche habt, unten in die Kommentare reinschreiben, lese ich dann durch und entscheide, was das nächste wird. Und damit, schönes Wochenende noch. Wir hören uns morgen früh wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay Crypto.